Ich lese die ersten beiden nicht besonders langen Kapitel aus meinem neuen Buch Ava, das bei Beck erscheint und auch etwas mit Ava Gardner zu tun hat. Er stand am Ende oder am Anfang der Schützenstraße vor dem Café Anna und wartete. Manchmal schaut er die Straße hinunter in Richtung Hauptbahnhof, aber meistens, wenn er nicht auf den Boden schaute und nachdachte, schaut er das obere Ende der Rolltreppe an, die vom Untergeschoss des Stachus heraufkam, und auf der in diesem getragenen Rolltreppentompo Leute in allen Formen und Farben auftauchten. Nur die Frau, auf die er wartete, tauchte nicht auf. Er wusste nicht, wo sie war. Er wusste nur, dass sie schon vor mehr als einer Viertelstunde hätte auftauchen sollen, um halb vier. Und jetzt war es schon 14 Minuten vor vier oder 15.46 Uhr, wie sie gesagt hätte. Und er hatte das Gefühl, dass einige der Leute an den Tischen vor dem Café Anna ihn mitleidig betrachteten und lächelten, weil sie das auch kannten, dass es schon 14 vor vier ist, wenn es eigentlich 15.30 Uhr hätte sein sollen. Er hatte sie vom Flughafen abholen wollen. Ich hole dich vom Flughafen ab, hat er am Telefon gesagt, aber sie hatte das abgelehnt. Ich fliege vielleicht gar nicht, sondern ich komme mit dem Zug aus Paris. Dann hole ich dich eben vom Bahnhof ab, hat er gesagt. Das ist sogar noch besser. Zum Bahnhof kann ich praktisch zu Fuß gehen. Aber das wollte sie auch nicht. Ich bin eine Spion im Baby. Ich tauche immer da auf, wo es mir am besten passt. Sie war die einzige Frau, die ihn Baby nannte. Niemand hat ihn jemals so genannt. Wahrscheinlich nannte sie alle ihre Liebhaber so. Es war vielleicht nie genug Zeit gewesen, für einen von ihnen einen Namen zu finden, der nur für ihn galt. Nie genug Zeit gewesen, dass so ein Name vom Himmel fiel oder wo sie auch herkommen. Und dann für immer der Name von jemandem blieb, der nicht einfach bloß irgendein Mensch war, irgendein Körper, sondern jemand, der geboren war, um diesen Namen zu bekommen. Es war nicht ganz, aber fast so, wie bei diesen Leuten, die ihre Liebhaber oder Ehemänner Schatz nannten. Und den Nächsten dann auch wieder und den Übernächsten auch. Aber es machte ihm nichts aus, dass sie ihn Baby nannte. Auch wenn es wahrscheinlich noch ein paar Dutzend Leute gab, die sie so nannte. Schließlich war sie die Einzige, die ihn so nannte. Und das war schon etwas Besonderes, wenn man nicht allzu lange darüber nachdachte. Und er freute sich, dass er sie heute sehen würde. Dass sie wieder ein bisschen Zeit miteinander verbringen würden. Auch in dieser Zeit schon fast eine halbe Stunde fehlte. Sie hatten sich neun Jahre nicht gesehen. Er fragte sich, wie sie jetzt wohl aussehe. Ob sie zugenommen hätte. Und gleichzeitig ärgerte er sich, dass er das überlegte. Was für eine seltsame Zeit dachte er. Was für eine komische Zeit, in der es so ungeheuer wichtig ist, ob jemand zugenommen hat oder nicht. Aber es war wichtig. Er konnte das nicht bestreiten und ärgerte sich darüber, dass er das, wie so viele andere Leute wichtig fand. Und um sich von seinem Ärger abzulenken, schaute er auf die Uhr. Es war zwei nach vier. Sechzehn Uhr zwei. Wir tauchen nicht nur auf, wo es uns am besten gefällt, dachte er. Wir tauchen auch nur auf, wenn es uns am besten gefällt. Das Café Anna befand sich in dem umgebauten Haus zwischen der Schützenstraße und der Bayerstraße. Es war eines von diesen hohen Häusern, die zwischen zwei Straßen zu einem Dreieck zusammenlaufen. Ein richtiges, eindrucksvolles Großstadthaus. Es hatte früher Pini-Haus geheißen. Nach dem Optikergeschäft, das den ersten Stock und das Erdgeschoss einnehmen, wenn er sich richtig erinnerte. Er hatte nie eine Brille da gekauft, war aber einmal in dem Laden gewesen, um sich eine Kamera zeigen zu lassen. Oder war es eine Sonnenbrille? Da wusste er es nicht mehr. Jedenfalls hat er nie etwas in dem Laden gekauft. Kein Wunder, dass sie hatten zumachen müssen.